Wollen wir die DSK-Einsteigerbox vorbereiten, müssen wir als allererstes sicherstellen, dass sie hier installiert ist. Ist sie hier nicht installiert, müssen wir einmal über Insta-Module nach der Einsteigerbox schauen und sie installieren. Danach können wir eine bestehende Welt starten oder wie ich in meinem Fall eine neue anlegen. Wichtig ist natürlich, dass die das DSK-System verwendet, Create World, und danach die Welt starten und uns als Game-System mit der Welt verbinden. Im DSK-System kommen dann ein paar Prompte zu Beginn, die wir bestätigen müssen. Danach gehen wir oben in die Game-Settings, Manage-Modules und aktivieren die DSK-Einsteigerbox. Save Settings und wir laden neu. Nach dem ersten Aktivieren findet ihr hier einen Hinweis auf den Journal-Browser. Habt ihr diesen bereits gelöscht, könnt ihr hier oben über das Journal den Journal-Browser öffnen. Zur Vorbereitung der DSK-Einsteigerbox wählen wir diese aus, gehen in Vorbereitung und sagen dort Import-Update. Denn mit diesem Befehl hier werden alle wichtigen Sachen, die ihr fürs Leiten der Einsteigerbox benötigt, importiert in eure Welt. Ihr bekommt eine Meldung, wenn das Ganze abgeschlossen ist. Nach dem Import könnt ihr in eurer Welt die Spiele anlegen, wenn ihr eine neue Welt verwendet. Dafür geht ihr hier unter Game-Settings, User-Management und legt neben dem Game-Master noch weitere Spiele an. Ich nehme mir jetzt hier vier. Wichtig, ihr solltet dem Game-Master und euren Spielern Passwörter vergeben. Die Passwörter könnt ihr dann den einzelnen Spielern mitteilen. Nachdem wir das Ganze gespeichert haben, startet die Welt neu. Und jetzt müssen wir die Charaktere, die wir mit der Einsteigerbox bekommen, den Spielern zuordnen. Dafür machen wir einen Rechtsklick auf den Charakter, Configure Ownership und sagen Player 2, dem gehört Alana. Bestätigen das, dasselbe machen wir jetzt mit den nächsten Charakteren. Immer die Owner-Berechtigung, alles andere reicht leider nicht. Ganz zu Beginn kann man auch allen Spielern die Owner-Berechtigung für alle Charaktere geben. Das kann man machen, damit man sich die vorab hier einmal direkt in Foundry anschauen kann. Zum Ende hin sollte aber dann wirklich jeder Spieler nur über den eigenen Charakter die eigene Rechte haben. Ist das gemacht, können wir hier die Players-List einmal erweitern, einen Rechtsklick auf die Spieler machen und in diesem Fenster noch den Charakter auswählen. Das Fenster kommt aber auch für den Spieler, wenn er sich das erste Mal mit Foundry verbindet und er kann dort selber seinen Spieler auswählen und die Farbe, die er hat. Der Vorteil davon ist, wenn ihr das macht, dass ihr hier unten links neben dem Spielernamen auch den Charakternamen habt. Ich mag das ganz gerne, um dann die Spieler direkt mit dem Charakternamen ansprechen zu können. Nachdem wir die Spielerberechtigung vergeben haben und alles importiert haben, können wir das Abenteuer vorbereiten und das geht über den Journal-Browser. Dort finden wir das ganze Abenteuer von oben bis unten vorbereitet und zu jedem dieser Kapitel finden wir auch einmal die Übersicht aller Szenen und der dort beteiligten Akteure. Dann können wir uns von Kapitel zu Kapitel arbeiten, uns diese ganzen Szenen dazu anschauen und uns einmal durchlesen, was hier überall passiert. Das reicht auch in Teilen, dass es kapitelweise passiert. Ich selber bin aber ein Freund davon, das ganze Abenteuer einmal von oben nach unten durchzulesen. Das beinhaltet bei der Einsteigerbox dieser Teil und das den Abenteuerteil danach mit diesen drei Abschnitten hier, um das Ganze verwenden zu können. Wenn wir uns dann eine Szene mal anschauen, dann können wir auch schon für diese Szene die Akteure auf die Szene ziehen. Zum Beispiel bei dem Baum geht es nachher gegen Krähen. Dafür gehen wir hier in Ektas, suchen einmal nach Krähen und können dann hier, je nachdem wie viele Spielercharaktere wir haben, die Krähen auf die Oberfläche ziehen. Und wenn wir das auch schon wissen, welche Spieler wen verkörpern, können wir auch unsere Spielercharaktere hier einmal draufziehen auf den Baum. Das muss aber nicht in der Vorbereitung passieren. Ich mache das in der Regel auch während wir spielen, dass ich die Spieler da draufziehe. Für die Gegner habe ich aber schon ein paar Token vorbereitet und im besten Fall die einfach unsichtbar geschaltet, so dass wenn es doch nur drei sind, ich einfach nur drei von den Gegnern einblende und den letzten lösche. Das müsst ihr aber selber wissen, wie ihr das Ganze vorbereiten wollt. Und das macht ihr dann Szene für Szene. Ihr schaut euch die einzelnen Szenen an, schaut euch den Journalbrowser an, damit ihr euch einen Überblick verschafft, was gehört wozu und damit seid ihr schon ganz gut auf das Abenteuer vorbereitet.